Warte, ich muss jetzt denken, halt einfach, wenn ich, sag einfach nix, wenn ich was sage, äh, dann. Ich hab einfach kein Damage, es ist so schön. 25, ok, dann nehm ich mehr, weiß grad meine Flat Resi nicht auswendig, so ein bisschen Flat Resi hab ich. Das ist so schön. Ich hab noch keine einzige Falle gemacht, ne. Ja, ich wills nur wissen, wer will ich nicht wissen, wenn du wissen, antworte einfach nur meine Frage, dass ich nicht durcheinander kümmer. Ja, ja, ich weiss, ich weiss, ich weiss. Ja, ich weiss. Ja, ich weiss. Ja, ich weiss. Ich sag dir, wer du hüttest, by the way, okay? Ja, ich weiss, ich weiss. Soll ich dir ein Geheimnis erzählen? Ja, ich weiss. Ja, ich weiss. Ich weiss, ich weiss. Ich hab deine Mutter gefickt. Ich weiss. Ja, ich weiss. Ja, ich weiss. Ja, ich weiss. Wenn ich wirklich alles loswerde, glaub ich, bekommst du, könntest du sogar die 2 Millionen schaffen. Ach, das ist doch genug Zeit, sterben tun wir es oder so nicht. Ja, das ist doch genug Zeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das dauert jetzt noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Du kannst nicht 2 Star-Auren gleichzeitig haben. Die, die mehr Damage macht. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Du kannst auch rauslauen. Aber jetzt, jetzt kommt das Lustige gleich. Jetzt kommt nämlich gleich der letzte Zauber. Oh mir. Der wird lustig. Ach, das macht jetzt keinen Unterschied. So. Jetzt kommt dunkler Pakt. Alter, fahr mal über dich drüber. Dass du siehst, was du drauf hast. So. Und jetzt guck mal. Jetzt kommt dunkler Pakt noch dazu. Ja, ja. Ich hab die Blades. Das interessiert mich jetzt nämlich auch. Nee, nee. Das ist Non-Crit. Das ist Non-Crit. Und ich hab nicht viel Death-Crit. Oh, viel Futter. Okay, gut. Jetzt darfst du hütten. Ich hab nix mehr. Und jetzt castet der auf einmal so, so, so. Secret-Cheat minus, äh, minus 100. Ja, mit mehr Goldkarten. Das geht eh schon lang genug, oder? Ja, du hast nicht so hart oberkühlt wie...